Musik 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 Unter dir Treppe Ich seh ihn nicht mehr Musik 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 wieso hat er keine kameras wenn ihr demnächst mal bock habt könnt ihr mal meine drohne abchecken wenn ihr bock habt könnt ihr auch alle kameras abchecken mittlerweile das ist gar nicht die richtige etage hier und war jäger vom fenster aber du hieß ihn genau helft jetzt komme ich nicht weg aber dann guckt ihr mal meine drohne eigentlich mal an ja wo ist das secret room hab ich äh es gibt ein e-stack lol aber wo ist voll versteckt zeige ich euch mal kurz ist aber mega geil ja bei mir bei mir das ist doch das logo ne ich bin nicht reingefallen ja ja das logo und da gibt es auch irgendwie so ein chibi von smoke welcher fasch ist das der unterste ähm den Raum habe ich gerade vergessen als ihr gerade hier oben gespielt habt habe ich den Raum gesucht ja 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 ok lion und lion ich meine Finca ab durch den Kanal lion und lion habibi schaust du schon was ähm was kommst du es steht rechts hinterm serverregal direkt Frost und Vigil pusht jetzt ein Gigantro wo ist Frost 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 ist auch noch hier am serverregal kann man hier danke Attacke dahinter Stacheldraht warte ich hier kurz wer litt ich lass meine Drohne auf der Treppe stehen wenn sie warte ich hab hier oben kann man hier igan was Loll Oh, ich guck was wird denn das hier? Was macht Mitch da? Wir sollen mal von... Das schwingt auf gut Deutsch Sollen wir alle da rein rennen Oh, ich bin hinten liegen geblieben Ja, das war natürlich eine super Runde Das war meine eigentlich Bist du lustig? Danke Beruhig dich mal, Alex Na, ich hab mal ja Haha, Chris Ich glaub ja Egal, ich konnte noch zwei Leute, ist okay Ich glaub, wir müssen Wui Das war nah Das war nah Das war's Das war's Das war's Das war's Und Das war's 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 Badezimmer Echo Was? Badezimmer Echo Hattes Keine ahnung warum er sich auch immer da jetzt verraten hat wo ist jetzt du hast doch jetzt sie wurde gemarkt von irgendwie ich muss mich hier konzentrieren danke aber gut wo war das ostseite wieder weppelt rechtes fettel wirft rein und kommt kommt weppelt rein rechtes fettel ost fast das ace fast aber so wird gespielt da war das ein krampf also der mittelteil war ein krampf na der anfang ne ich mein damit jetzt dieser runde generell der anfang ja der anfang von diesem spiel war echt kacke boah ah das wird schön wenn es nur eine war habe ich sie da rechts direkt rechts von dir da du ich hab die wegcam noch über dir gehabt entschuldige nicht da das konnte man geil sehen Der Sport ist klar, ne? Bei mir ist der Diffuser, der ist der Diffuser. Da müsste ich hier denn alles machen, ey. Der andere ist nur oben. Umut, du musst zum Diffuser, ne? Nein, der ist noch oben gedeckt, der ist noch gedeckt, der Diffuser. Oh, fuck, 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 oh, schau, sorry. Oh, Idiot. Dein Ernst. Dein Ernst. Ich hab gedacht, ich weiß nicht warum, ich hab gedacht, ich war Doc, Alter. Hast du das aufgenommen? Ne Ahnung, warum. Mann ey, das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Ja, ich angreifen und denk, ich bin Doc, Alter. Du dachtest, du bist Doc? Seit wann hat Doc ne Heilgranate? Auswählen, auswählen, auswählen. Wahrscheinlich wär das ne Kontaktgranate geworden, ne? Vor allem. Ist das ne Pistole? Ja, die gibt's im Top mit. Oh, ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Die Achterwanne geht so ab. Ich tänze mit der Gänse. 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 Ähm. Du findest so keine Leistung zu halten. Lass mich! Oh mein Gott! Oh mein Gott!